Hallöchen liebe Kids, ich bin's, Elmius. Und ich bin Nina. Ja, wir begrüßen euch zum Projekt Trust. Superpower für dein Selbstvertrauen. Ja, es ist ein gemeinsames Projekt des Kinderhilfswerks, die Arche und der Bepanthen Kinderförderung. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr euer Selbstvertrauen stärken könnt, damit ihr in neuen und ungewohnten Situationen mutig sein könnt, auch wenn diese euch etwas Angst machen. Vielleicht kennt ihr ja die Situation. Ihr steht vor der Klasse, ihr sollt ein Gedicht aufsagen und auf einmal bekommt ihr Angst. Ihr fangt an zu zittern und eure Knie werden weich. Wenn euch all das sehr bekannt vorkommt, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn die Arche und die Bepanthen Kinderförderung wollen euch helfen, damit ihr in genau solchen Situationen mutiger sein könnt. Ist doch eine tolle Idee, Nina, oder? Ja, richtig gut. Und ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Wir haben in gewissen Situationen alle mal Angst, sogar wir beide. Aber das Gute ist, man kann was dagegen tun. Und was, das zeigen wir euch jetzt. So, Elmius möchte uns jetzt ein Gedicht vortragen. Ja, oh, ich... Toi, toi, toi. Ja, danke. In einem leeren Hasel... In einem... Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin total nervös. Ich krieg den Text nicht rein. Ja, kennt ihr das? Vor anderen Menschen sprechen kann einem echt Angst machen. Fragt ihr euch jetzt auch gerade wie ich, wie kann man selbstbewusst und mutig bleiben, um gerade in solchen Situationen auch überzeugen zu können. Ja, Nina wird's uns zeigen. Nina! Genau, ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich mal verhaspelt oder seinen Text vergisst oder so. In Situationen, die uns nervös machen, ist das wirklich jedem schon mal passiert. Euren Eltern, euren Lehrern, sogar uns. Na, Elmius? Jo. Zum Glück gibt es eine einfache Übung, mit der ihr ein sicheres Auftreten trainieren könnt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Stellt euch breitbeinig hin, wie Superman oder Superwoman. Die Hände in die Hüfte, Brust raus, Kopf hoch, tief ein und ausatmen. Na, spürt ihr schon, wie sich eure innere Haltung verändert und euer Selbstbewusstsein wächst? Probiert es mal aus. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Referat halten müsst oder ein Gedicht vortragen sollt oder so, dann denkt an meine Superman-Pose, ja? Viel Glück! Probiert es aus. Hier noch ein Tipp für die Schule. Meldet euch im Unterricht so häufig, wie es nun geht. Ja, und seid stolz auf euch. Ja, entweder, dass ihr die richtige Antwort gegeben habt oder aber auch, wenn sie falsch war, seid stolz darauf, dass ihr euch überhaupt gemeldet habt. Schreibt euch eure Erfolge in ein Heft und guckt euch dieses Heft jeden Abend an und seid stolz auf euch. Tschüss, ihr Lieben. Im nächsten Video geht es darum, anderen zu vertrauen und als Team erfolgreich zu sein. So.